Ein Knistern im Dschungel Das Geheimnis zwischen 24 Tim, 23, und Kim Virginia Hartung, 28, ist endlich gelüftet. Was als Freundschaft im Camp begann, entwickelte sich zu einer leidenschaftlichen Affäre, von der alle sprechen. Nach ihrem Abenteuer im australischen Urwald konnten sie ihre Gefühle nicht mehr verbergen und wurden dabei erwischt, wie sie sich innig küssten. Doch das ist noch nicht alles, Tim hat jetzt in einem aufregenden Instagram-Livestream enthüllt, dass sie sogar miteinander geschlafen haben. Die Spannung war kaum zu ertragen, als Cora Schumacher, 47, und Sarah Kern, 55, den mutigen Schritt wagten und Tim direkt darauf ansprachen. Und seine Antwort? Ein klares Ja. Doch es war bisher nur einmal, betont Tim. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt? Kim hatte bereits zuvor angedeutet, dass sie sich zu Tim hingezogen fühlt. Ich hätte es auch nicht gedacht? Ich finde ihn sexy, gestand sie. Doch es geht nicht nur um Äußerlichkeiten, Kim schwärmt auch von Tims Charakter. Eine echte Verbindung, die über das rein Körperliche hinausgeht. Das ist definitiv mehr als nur ein Camp-Romanze. Was denkt ihr darüber? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.